Andreas bereitet die Gurte für die Ladungssicherung vor. Auf seine Art. Also ich hänge jetzt die Gurte so quer rein, schmeiß die oben drüber. Wenn er jetzt mit dem Holz reinfährt, dann schiebt er quasi die Gurte gleich mit dran. Dann brauche ich da nur noch runterziehen und fertig. Weil sonst müssen jetzt beide Seiten aufmachen. Ja, kostet Zeit. Und so ist es einfach einfacher. Ah, Drecksau. Er legt mich da am Arsch, kürzefix. Früher habe ich das jeden Tag gemacht, dann geht das einfacher. Jetzt habe ich das schon lange nicht mehr gemacht. Dann muss ich erst wieder den Schulterdreh, den muss ich erst wieder üben. Der liegen bleibt. Nein, der bleibt nicht liegen. Da gibt es aber logischerweise, die Urftechnik gibt es auch, aber ... Ich leck mich da an waschen. Lecken. Jetzt mach ich das auf die bayerische Art und Weise. Und die andere Seite. Ich leck mich da am Arsch. Was ist denn heute los? Das ist einfach so, dass es ab und zu wenig so funktioniert. Aber nun ist er drüben. Es gibt schon bessere, aber nein, das ist normal. Das ist schon normal. Das ist schon normal. Das ist halt doch, wir laden bis unter das Dach. Und drum ist das eigentlich ganz normal. Die Gurte, das muss man halt auch mal wieder gemacht haben, die Gurte zum Schmeißen. Die história aufantächtet werden. med Impressions